Musik Jo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Bürsten Und dieses Format kam ja jetzt eine ganze Zeit lang nicht mehr Weil ich einfach keinen Bock hatte LOL aufzunehmen Oder teilweise einfach wirklich Aufnahmen hatte und die ne weiterverarbeitet habe Weil ich dazu ja nicht die Zeit gefunden habe Beziehungsweise das so ein bisschen untergegangen ist dann Aber ich dachte mir jetzt ich bringe mal wieder ein bisschen Bürsten Und ja ich werde später in der Woche auch nochmal ein Video dazu bringen Was so eigentlich so los ist Das wollte ich eigentlich als Gameplay nehmen dafür Aber war ich mir noch nicht ganz sicher Die Folge oder beziehungsweise das Spiel war gar nicht so spannend Aber ich habe mal wieder mit Ari Mitte gespielt Und das sogar einigermaßen gut Und da dachte ich mir ich schneide das einfach mal kurz zusammen Und ja es war jetzt nicht so vom Kommentar her so spannend Wie sonst manche andere Bürstenfolge Aber ich dachte das ist mal wieder ein guter Einstieg Um mal wieder ein bisschen das Format regelmäßiger zu bringen Und ihr könnt euch jetzt entscheiden Soll ich das Format lieber regelmäßiger bringen Aber dafür auch mal so ein paar Episoden wie jetzt Die gar nicht so krass spannend sind Und die auch nicht so lustig sind Oder soll ich das wirklich nur bringen Wenn ich ultra geile Spiele hatte Die ultra geile Aufnahmen waren Und das dann halt zusammen cutten Also könnt ihr selbst entscheiden Ich habe mich halt dafür bis jetzt erstmal nicht entschieden Dass ich mehr LOL bringe Einfach weil ja das mal so ein bisschen Abwechslung ist Ich werde das auch zusammenschneiden Und auch mal Spiele bringen die gar nicht so geil waren Oder wo mir gar nicht so viel kommentiert haben Wie das jetzt hier zum Beispiel Aber wo ich halt trotzdem sage Okay es war ganz gutes Gameplay Und ja ansonsten würde ich sagen Gebt eine Bewertung ab Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Viel Spaß Noch einfach nicht so schwer sein Fünf verkackte Leute aufzutreiben Ja dann ruf jetzt an 0800 siebenmal jetzt so Ja Ich such fünf Leute Ich merke mich bei Parship an Alter so fünf Leute in so einem Lulz Alle 30 Sekunden findet ein Single über Parship ein Lulz Step by Step Eine Krise auf Sack Geht Dominic Weil ich das immer lustig finde dich als Frau darzustellen Gut ich spiele Grasivi Da könnte man das gleich noch verstehen Ne Ich will eigentlich nur weibliche Adel C Gibt es auch großartig Ja okay gibt es Alles klar er geht halt Alter was macht der Der geht schon auf Autoattach Hä Der Autoattach mich einfach Was ist das für ein Ulo Ein Ulo Ein Ulo Oh ich bin so schlecht Hat er gefressen Ja voll aggressiver Erst Charm oder erst die W Alter was macht der Junge Erst die Q W Mach ich fast gar nicht Die W ist aber eigentlich voll strong Wenn du Ultierst Du machst immer die Q Ja aber die W ist trotzdem ziemlich strong Wenn du erstmal Ultierst Oh last hit Failed Oh man Warum muss ich denn auch wieder gegen Viktor spielen Ich bin mir froh dass es kein Set oder Nah 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 Yasu ist Ja aber Viktor ist nicht gerade besser Alter Ah finde ich schon Vor allem weil der nicht mal schlecht spielt Oh fuck Okay Ich hab's gesagt Wow That's shit Okay der hat Möhm Möhm Okay ich nehme alle Alter ich sag das jetzt immer Dass meine Gegner gut spielen Ey der hat gerade zu Alter Aber die eine Fähigkeit von dir macht halt übel Damage Kann mich halt übel damit poken Braucht übel die guten Gangs Kann ich dir geben fuck ich bin so schlecht umlastig mit mir Fuck ich Ja ich Ja ich Ja ich Ja ich Ja ich Ich muss mich mal kurz oh lol ne gegnerischer jungler ist auch hier aber ich lass mich Natürlich von dem hohen son Oh lol der hat noch schön den towershot mit kassiert alter Wurde jetzt unser jungler gut sein würde der jetzt kommen und den ficken Oh nice Clip feed confirm N1 Oh nein ich bin rüff Hä was ist das eigentlich für ein komischer Schild kann der mit Space blocken Ne ne oder Okay Hand oder mehr nicht Ach komm ey Alles klar Report Oh ja Oh ja Oh ja Das ist sexy Deine Mutter kommt sich total an Shit Oh wie konnte ich das verscheißen alter Der ist tot Ah muss ich drauf igniten Hab ich geflasht und ignited alter war das wirf eigentlich schon Oh lol hat er gefressen alter Oh ne da killt mich noch Ohhhh dumm Schön schön Oh ja Ist an mich halt noch Nice Kannst du eigentlich botlane nutzen ne krass Oder sich hier mal alleine machen weil die ist halt grad ein bisschen dumm aber Oh schau Okay Ja ich hab die nicht Braucht ihr Hilfe Das ist ne Lol Wie die Morkana geplatzt ist an der Scheiße ey Du bleibst da Nein ich sterbe noch ein Alter wie der mich bürstet man Ja komm Ich glaub Ja wobei Wer ist denn noch da von denen Weiß ich nicht Sieh wir äh quatsch Äh victor Aber ich glaub der ist afk Der ist afk Stimmt Den hab ich ganz schön lange in dem agisten Stimmt Ne das Geräusch wenn das viel wieder kommt hat man Ähm Ich glaub das hört man nur in der Nähe Wow Wow Was hat er gemacht? Er feuchte ihn da hinten Nur dass der ne milliarden heal gekriegt da drauf hat er nicht gecheckt oder? Ich hatte das nicht im bild, das war bei mir nicht mehr im bild Ich hab's aufbund Was hast du mich um die minions kümmern dass du mich auch nicht aufbund What the fuck Zuhause Ich hab's aufbund Ich hab' Q ü Lach und ich